Musik Heyho und willkommen zu Route 96 Mile Zero Deine Eltern können nicht den Job machen? Wann sagst du mir das? Die Leute sehen sie, Zee. Ich mache es mir selbst, okay? Du kannst es nicht auf deinem eigenen Weg ziehen. Was sagst du? Ich mache es mit dir. Aber wenn das Bild existiert, dann lasse ich auch die Weißsands. Ja, Zee. Natürlich. Gut. Jetzt komm mal. Einige Stunden später. Ich hätte mir den Plan nochmal angucken sollen vorhin. Das bedeutet, Steve arbeitet ein Doppel. Das bedeutet, Steve hat Kaffee trinken, um awake zu bleiben. Wenn ich richtig bin, sollte er jetzt schlafen müssen. Wow. Wie viel Langeweile muss so ein Kid haben, um genau zu wissen, wann er pinkelt? Ja, ich habe keinen Weg, um das Gate in hier zu öffnen. Aber wie? Jawohl. Da ist der Knopf. Anrufen. Was haben wir hier? Eine Liste mit Telefonnummern inklusive der von Präsident Tyrek. Das heißt, er ist gerade nicht in der Stadt. Vielleicht sollte ich sein Zimmer anrufen und das überprüfen. Achso. Sollte ich natürlich auch die Nummer nutzen. Die nicht da steht. Achso, Außenposten. Tyrek. Gästezimmer. Äh, 122. 122. 122. 122. Ich habe nur versucht, da was rauszufinden. Außenposten D. 344. 344. Äh, Koffein widerlich. Ben, den Anruf. Ich hatte zwei Expresso. Okay. Äh, 414. Ich hoffe, es ist nicht zeitlich begrenzt. 4, 1, 4. Oh, niemand ist in der Gaststätte. Ich bin wirklich glücklich, dass du zumindest checkt hast. Weirdo. Komm schon, bleib fokussend. Ja, das ist fokussend. Damit ich weiß, wo wer vielleicht ist. Äh, Colton. 214. 214. Oh, yes. Es ist Colton. Er kann helfen. Äh, hi Colton. Hier spricht dein Vater. Äh, hi Colton. Wie ist das? Äh, Steve. Funny. Du klingt nicht wie Steven. Würde Steve sie eh anlügen? Äh, es war gelogen. Ich bin nicht Steve. Good Lord. Who am I speaking with? Colton? It's Zoe. Zoe? What's the meaning of this? Do I need to rouse Frank? No, no, don't do that. Äh, kannst du es, äh, zum Tor runterkommen? Wir wollen abhängen, Colton. Hang? Sorry. But I'm not familiar with this colloquialism. Are you talking about drugs? Äh, bitte komm hinunter. Äh, sag, äh, dass du Angst hast. Afraid? Ha! No one challenges the courage of Colton Thelonious Tyrak. So can pajamas be damned? I'm coming! So, what do you two want? Colton, we need your help. Can you open the gate? And why would I do a thing like that? Äh, wir haben drinnen etwas vergessen. Es geht um eine streng geheime Mission. Hier draußen sind Zombies. Ähm, oh, schade, ich darf da nicht mehr rein. Mist. Streng geheime Mission. Wir haben drinnen etwas vergessen. Streng geheime Mission. I love top secret missions. Per chance could I join? Na klar. Du kannst der Torwärter sein. Tut mir leid, das ist gefährlich. Du kannst der Torwärter sein. Was bedeutet das? Das ist die Person, die die Gäste und, äh, ist nicht gesehen, wenn Steve zurückkommt, zu spüren. Honestlich? Das klingt nicht besonders interessant. Nein. Du musst besser machen. Oh ja, äh, ja, natürlich. Äh, wir haben das. Zwei, Zwei, Zwei wird auf dich aufpassen. Ich habe hier irgendwo etwas Geld. Oh, das ist kürzlich. Okay, ich werde dich babysit. Verstanden. 7.30 Uhr. nächsten Freitag Nacht. Und nicht zu late, Zwei. Perfekt. Now, come on. Before Steven returns. Yes. The gate is open and Frank isn't beside me. Hmm. All right! Yeah! Free Colton. Oh, wow. Okay, the side entrance. Like we talked about. Don't let the cameras spot you. I got this, Z. Oh, wow. The shake. Oh, 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 oh. Ich darf es nicht mal ansatzweise berühren. Okay. Okay. Z, the guard's at the door. I'm on it. All noon? Ah, yeah. Da, 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 da. I really need an interior decorator. Focus, Kaido. Yeah, he really does. Yep, 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 yep. Nein. Oh, gerade so. First, we need a diversion for the surveillance room guards. Grind the railing, then trigger the fire alarm at the end. Nee, das ist doof. Oh, Mist. Oh. Verstehe. Oh, verdammt. Ganz so einfach. Mmh. Nein. Nein. What now? Warum? That should keep them busy. We'll go to the surveillance room, then we switch. Strange. I don't remember the hallway being this long. Take a left. Now. Okay. That was close. You need to go, uh, you need to go, uh, you need to go, right. I thought you said you knew this place, see? I do. I mean, pretty well. Take a right. Good. Now. Now, we go, uh, we go... Zoe! Left! Well. A right. No, a left. The other way! Fuck. Take a left, now! Yeah. Wow. That was close. You need to go, uh, you need to go right! I thought you said you knew this place, see? Ich glaube, ich habe nicht zu viel übersprungen. Ja, ich bin als nie und skate wie nie. Einfach den Weg entlang. Denn ich bin rank und schlank. Ah, verdammt. Nein. Nein. Ich bin in. Ich habe die Wohnung, aber es ist locked. Du kannst es nicht wählen? Nein. Aber ich habe eine andere Idee. Hier geht nichts. Okay. Wow, okay. Okay, okay. Das war knapp. Wow, wow, wow. Okay. Okay. Almost reached Kyrax office. Top secret file, here we come. The button to open the secret passageway should be near his desk. Got it. The file must be somewhere inside, if the file exists. Okay. Das ist ein bisschen drauf. Motion sensors, help! Nein, das war doch ein guter Sprung. äh,��, dua, nun, du. Äh, zoh, du, du, du. Äh, zoh, du, du, du. Die Akte. Ein Diebstahl im Palast. Leider habe ich einen kleinen Abschnitt übersprungen. Das ist doof. Das war auch eigentlich gar nicht beabsichtigt. Aber ließ ich jetzt, naja, nicht rückgängig machen. Irgendwie hoffen wir mal, dass da nichts gesagt wurde währenddessen, was jetzt wichtig wäre, aber ich glaube nicht. Partners in Crime. Jean-Claude Charlier. Okay. Ja. Story. Fortschritt. Das ist mies. Kaido, warte! Am nächsten Tag. Hallo, ich bin Sonja Sanchez. Und du bist auf die Sonja Show. Für May 5. Mit Sandstorm Sonja raufendt die White Sands. Ich bin in front of Tyrak's Palast. Wo Colton Tyrak, der 10-jährige Son von der Lieblingspräsidenten, ist verletzt. Ein Team von der Suche ist currently looking for ihn in der Palast. Es ist so groß, er könnte nur in einer der vielen Runde sein. Behind einem goldenen Körner oder so. Aber es sieht nicht gut aus. Gott sei Dank, Earl. Okay, wir sind zurück. Autoritären expecten ein Ransom für Young Colton zu kommen. Auf jeden Fall. Of course, die Black Brigade sind Suspekt Numero Uno. Ich werde Sie informiert als die Situation unfolds. Ich bin Sonja Sanchez und das hat sich... ...Kah, Kah, The Sonja Show. Jesus Christ. Heute ist May 5. Sandstorm Sonja ist bereits auf uns. Ist Ihr schönes White Sands home protected? Good day. Ah, der Sturm bietet hart. Okay, wir sind wieder Zoe. Okay. Fangen wir mal, ob wir ihn finden. Keito? Du bist einfach abgehauen, du Schwein. Ach, hier komme ich nicht durch, okay. Hier scheint er aber auch nicht zu sein. Okay. Na, hier steht jetzt die Figur. Schön. Ja. Nochmal ein Snack. Ist nie verkehrt. Er dürfte sich nicht so viel verändert haben. Und Keito ist definitiv nicht hier. Aber wir haben einige Sticker gesammelt. Aber ich glaube, ich habe nicht alle. Ich habe auch nicht alle Kassetten. Der Automat ist hin. Mein Walkman. Keitos Walkman mit einer Kassette drin. Ah, das war Keitos Walkman grundlegend. Okay. Ja! Für erst nach Hause. Ha! Sollte ich das tun? Ah, das ist wieder so ein Entscheidungsding. Ich sollte gleich gehen. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch war. Oder ob ich beides hätte machen können. Kein Plan. Los Zoe. Die Zukunft wartet auf dich. Die Zukunft wartet auf dich. Shit! So this is where you've been hiding. Come on, Madame Zoe. Let's go see your father. Keep moving Zoe, and don't try anything. With Sandstorm Sonja due to arrive shortly, I'm in front of Tyrak's palace, where Colton mysteriously disappeared last night. Police have been mobilized. Mr. Minister, I tracked her down. Zoe, get in your room! This is the last time, Adam. Won't happen again. No, it won't. Because you're fired. The time to leave White Sands is now, Zoe. Ja. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich muss hier weg. Sandstorm Sonja continues to pick up speed and ferocity on its way to White Sands. We advise you to stay inside until the storm passes over. Storm? This could be my chance. First I have to back. Okay. I'm not leaving without my Trombone. No way. Natürlich, die muss mit. Das ist nicht optional. Sonst ist ja auch nichts mehr, sonst kann ich auch nichts mehr mitnehmen oder sonst irgendwas. A countdown is in effect. Two minutes to go until Sandstorm Sonja arrives. Wow. A truly remarkable day for news here in White Sands. Okay. Okay. Good. Thermoskanne. Okay. Haben wir noch was? Karten. Wenn wir bei den Karten spielen im ersten Teil. Öffnen. Yep. Klamotten sind wichtig. Sprühfarbe. Klopapier. Sonja, we should go too. Now, we have a job to do dance. Mixtape. Okay, okay. Ich müsste alles haben, oder? Okay. Nein. Gameboy. Yeah. Komm, 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 komm. Was ist hier? Vier gewinnt. Ein Bild habe ich nicht. Wie war es? Wie war es? Um, das war's. Es war's. Wohl. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020